Willkommen am Online-Campus der Fährinnen-Porsche FernfH. Bitte melden Sie sich an. Unser Online-Campus begleitet Sie als Lernplattform durch das gesamte Fernstudium an der FernfH. Die Präsenztage finden an unserem Standort in Wiener Neustadt statt. Der Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik schließt mit dem akademischen Grad Master of Arts in Business ab. Das Fernstudium dauert vier Semester und kostet 363,36 Euro plus ÖH-Beitrag pro Semester. Inhaltlich hebt uns unser starker Management-Schwerpunkt von anderen Wirtschaftsinformatik-Studien ab. Wir gehen bei technischen Themenbereichen punktuell in die Tiefe, konzentrieren uns im Wesentlichen aber auf das Nahtstellenmanagement zwischen IT und den Unternehmensbereichen. Unsere Schwerpunkte sind das Informationssystemmanagement und die Informationssystemsicherheit. Zusätzlich haben alle Studierenden die Möglichkeit, sich im Rahmen ihrer Masterarbeit und den Wahlpflichtlehrveranstaltungen zu vertiefen. Dadurch kann ein wesentlicher Teil des Studiums individuell gestaltet werden. Ein Fernstudium bietet mir einfach die Flexibilität und die Möglichkeit, Beruf, Studium, Hobbys und Familie unter einem Hut zu bringen. Und das war mir wichtig. Grundsätzlich finde ich die Kombination zwischen Betriebswirtschaft und IT sehr spannend. Der Schwerpunkt in meinem Berufsalltag ist zwar sehr wirtschaftsbezogen, persönlich finde ich aber einfach die Informatik sehr spannend. Und ich sehe das Studium einfach als langfristiges Investment, da der Studiengang einfach am Puls der Zeit ist. Das Studiensemester an der FernfH besteht aus dreimal zwei Präsenztagen. Immer freitags und samstags, zu Beginn, in der Mitte und am Ende des Semesters. An diesen Präsenztagen finden sowohl Einführungsvorlesungen als auch Workshops und die schriftlichen Prüfungen statt. Dazwischen befindet sich die Fernlehrphase. In der Fernlehrphase werden Sie durch unsere Lehrenden im Online Campus betreut. Sie finden dort auch alle Materialien, Informationen und Unterlagen, die Sie für Ihr Studium benötigen. Ich denke, das Studium hat einen positiven Einfluss auf meine Karriere. Zum einen bin ich jetzt in dem Bereich tätig, der mich persönlich auch interessiert. Und zum anderen bieten sich mir durch das Studium mehr Möglichkeiten im Unternehmen. Das heißt, ich bekomme interessantere Tätigkeiten und habe auch mehr Aufstiegsmöglichkeiten. Sie haben Interesse an einem Fernstudium an der FernfH? Dann bewerben Sie sich online auf unserer Website. Nutzen Sie Ihre Chance auf berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Unter www.fernfh.ac.at und bei unserer Studieninfo erhalten Sie alle weiteren Informationen.